Fußball, Familie, Freunde, das sind die drei wichtigsten Dinge in meinem Leben. Doch nicht alles läuft immer so, wie man es sich wünscht. Nimm den Müll mit runter. Wo ich herkomme, musst du einstecken können. Berlin, Schöneberg, Neubau. Das ist mein Viertel. Hier wirst du jeden Tag aufs Neue geprüft. Lässt du dich unterkriegen oder stehst du stärker wieder auf? Es liegt an dir. Also Mund abwischen und weiter deine Ziele verfolgen. Mein Ziel war es immer der Beste zu sein. Das Ganze nach oben zu schaffen. Doch wer der Beste sein will, braucht auch das beste Team um sich herum und das beste Equipment. Mein Team sind die Jungs und unser Platz ist die Straße. An uns kommt keiner vorbei. Zusammen sind wir auf Beton gewachsen. Auf den Bolzplätzen dieser Stadt haben wir nicht nur gezockt, sondern auch was fürs Leben gelernt. Denn die Straße lehrt dir Dinge, die dir kein Coach dieser Welt beibringen kann. Wille, Disziplin, Charakter und niemals aufzugehen. Wir geben nicht auf. Wir finden immer einen Weg. Showtime. Sobald ich den Platz betrete, bin ich ein ganz anderer Typ. Ich fühle mich wie entfesselt und keiner kann mir was. Jede Bewegung ist intuitiv. Jeder Kontakt unberechenbar. Jeder Schuss präzise. Hilf mir weiter oder geh mir auf den Weg. Wenn du dich hier in Berlin durchsetzen willst, musst du schnell und stark sein. Die unvergleichbaren Skills, die ich auf der Straße gelernt habe, nutze ich auf dem Platz und werde zu einer unaufhaltsamen Gefahr für den Gegner. Das hier ist mein Spiel. Meine Stadt und mein Leben. Ich bin Sergej. Das ist meine Story. Erzähl du uns deine Restaurant-Konkrete-Geschichte und werde das Gesicht der nächsten 11 Team Sports Kampagne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.